Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Gruppe von League of Legends. TFC sind jetzt am Start. Und holla. Zu einer ganz spät Brumme DFT, ja? Aufnahme 1.16 Uhr. So, diesmal machen wir den Helium. Konditionen. Konditionen, keine Ahnung wie die Kackere ist. Taktik. Kann sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, gina oder so, ne? Also nicht wundern. Ich bin halt echt, äh, schon ein bisschen müde. So, dann kommt der rein und dann kommt aber noch Ivan rein, damit ich hier absolut, eine absolut sehr ekel Kombo habe. Was zusätzlich Champion auf dem Feld bedeutet. Bin immer gespannt, ob das so funktioniert. Wir haben in Ansicht eine gute Chance, ähm, bald, äh, als hoch zu steigen. Also, auf Silber aufzusteigen. Bin immer gespannt. Oh, Jesus. Oh. Da kommt halt direkt noch ein Knett, ne? Oh, das ist ja 6. Okay, mach ich was, das ist ja 7. Okay. Sehurt. Ich habe mir gedacht eigentlich, ich zog jetzt so offline ein bisschen noch TFT, aber ich habe mir so gedacht, so, Junge, wenn du schon TFT zogst, nimm es doch einfach auf, who cares. Für euch wird das glaube ich, weiß gar nicht, der 26, 27 oder 28 sein, irgendwie sowas im Dreh, der 27, für mich der 23 und heute ist Techniker-Termin, ich bekomme heute hoffentlich mein Internet, ich habe hier halt eine Störung und die wird hoffentlich heute berogen und dann geht es endlich wieder los mit Streamen, ich freue mich schon und ich glaube auch nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Monat oder übernächsten Monat bekommst du auch den neuen PC, hei Leute, 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 ich werde aber auf den PC, ich werde den PC aber auf jeden Fall neu aufsetzen, das auf jeden Fall. da freue ich mich schon drauf. Da würde nämlich noch ein bisschen besser funktionieren. Oh ja, aber erst dann bin ich wirklich richtig Internet habe, also meine richtige Internetverbindung so eine Hunderttausenderleitung ist schon halt geil, ne? wie soll ich das machen? Üfff. okay was bist du denn für einer toll ich bin zweiter ich würde gerne auf den handschuh gehen nein doch meiner sehr gut sehr gut sehr gut meine sehr gut sehr gut im in 100% das ist alles, oder? ich komm Ah, Spellware! Ach, was! 25 Ability Power und 2 Bonus Ability Power Wow, was? Was? Okay, das haut hart rein! Holy Shit! Die nächste Folge mach ich mal Spurlwaver 1100, Holy Shit! Puh! Das war gar nicht mal so schlecht, ne? Oh, hallo! Oh, hallo! Ehm... Der Brand macht... ...hama hatten damage. Crazy. Let's get this party started! Let's get this party started! Mulligan! Coughum... ...hung... 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 ...ja gut! Das ist dann wieder sehr gut. Sock. Okay, er war ja derjenige der gegen mich gewonnen hat. Tja, dass da Leute rausspringen ist halt ziemlich geil, ne? Muss sagen, wenn das so weiter geht, dann gehe ich auf Helium tatsächlich. Ich bekomme da kein... Ich bekomme kein Ding. Und die sind noch nicht beim Einsatz. Alter, die sind noch nicht beim Einsatz. Es geht, dann bekommen sie trotzdem nicht. Und da fallen. Also, Grant ist schon echt ein geiler Boy, ne? Hat der ein Damage raus, hat er schon echt Wahnsinn. So, aber wir sind jetzt bei 50 Gold angekommen. Oh. Oh. Explosion first. Und die Erstplatzierten Ich gewinne jetzt trotzdem. Ich gewinne halt trotzdem. Ja, den hätte ich gerne gebraucht. Ja gut, ich glaube mein Plan hat sich hiermit geändert. Also jetzt auf jeden Fall. Ja, Brand bleibt auf jeden Fall dran. Ich muss das mal, glaube ich, wieder auf irgendwelche Stellen. Ja, zwei Spatulas. Das will ich ja nur mal so gesagt haben. Ja. Oh, Jesus. Was ist das denn? Da war der. Ah, da ist er noch. Ja. 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 Not bad! Wenn ich jetzt einen Spatula bekomme, dann mache ich noch einen Spellwafer auf Mundo, damit er vielleicht, wenn ich Glück habe, die Leute ranshotten kann mit der Ulti. Maybe. Sehr geil, wenn das klappt. Aber jetzt brauche ich erstmal ihn ran. Genau deswegen. What? Ja, so an sich meine... Kombination. Center. Come on. Okay. 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 Crazy. Ja, da ist jetzt eine Frage, ne? Okay. Halt ich meinen Plan fester, weiche ich ein bisschen ab. Und ich glaube... Der nächste... Der nächste geht auf die Nutzung. Was ist der für Damage reinhaut? Das ist der Wahnsinn. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey, mach ich mal. Ach, ich bin hier. Oh! Oh! Schreie! Oh shit. Der ist echt dumm unterwegs, was geht ab, jetzt mal ohne Witz. Der ist echt dumm unterwegs. 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 Leute, das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Jetzt ist er mittlerweile auf 9. Er ist auf... Ich glaube nicht. Ich muss aber auch ein 9 sagen. Auf Augenhöhe. Gegen den Geist? What the fuck? Daisy, Alter. Geh mir nicht auf die Eier. So dumm, der Champ. Ich... Alter, ist das das Richtige? Es ist das Richtige, Leute. Der Vierer Spellware ist am Start. Spellware-Fahr. Mein Gott. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Leute, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Komm, jetzt gegen den Dritten und dann... Äh, gegen den Ersten und dann ist gut. Nein, er kickt mich jetzt raus, ne? Weil das der ist. Oh, das ist dumm. Das, Leute. Ist dumm. Kann man nichts machen. Egal. Top 3. Schönes Game. Nice gemacht. Das war... Intens, Freunde. Sehr gut. Oh, Leute.